Es ist Sommer und somit wieder Zeit für das Präziner Steinhafenfest. Das ultimative Fest, das nicht nur für Wassersportbegeisterte, sondern für alle Interessierten ein besonderes Highlight ist, wird nun bereits zum achten Mal vom Feuerwehrförderverein Präzinen e.V. präsentiert. Das Fest für die ganze Familie findet am 2. und 3. Juli diesen Jahres statt. Jeweils ab 10 Uhr startet das Festprogramm für Groß und Klein.